Wir werden in den nächsten 5 Jahren keine Frau in der Formel 1 sehen, es sei denn, ein Meteorit schlägt ein. Sagt Formel 1 Boss Stefano Dominicali, doch wie gut oder schlecht stehen die Chancen wirklich? Die Frau, die sich momentan wohl am nächsten in einem Formel 1 Cockpit befindet, ist die 24-jährige Jamie Chadwick, die an diesem Wochenende in Singapur ihren dritten Titel in Folge in der Women's Series klar machen kann. Doch da liegt auch schon das Problem, denn anstatt die Women's Series als Sprungbrett für die Formel 3 oder Formel 2 nutzen zu können, die ihr dieser Schritt bisher trotz Williams-Förderung nach eigenen Aussagen aus finanziellen Gründen verwehrt. Manche Stimmen behaupten sogar, dass die körperlichen Voraussetzungen, um Formel 1 zu fahren, für Frauen einfach zu hoch sein. Eine Aussage, die für mich überhaupt gar keinen Sinn ergibt, da der letzte offizielle Renneinsatz einer Frau in der Formel 1 fast 50 Jahre her ist und man immer zuerst Taten sprechen lassen sollte. Glaubst du in naher Zukunft dann eine Frau im Formel 1-Fahrerfeld? Schreib sie in die Kommentare.